Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alone in the Dark. Ja, wir sind mittlerweile so hier drüben, aber vorm Museum stehen und ich weiß nicht, wie hier rein kommt es ja wieder. Ist wieder, ich weiß es genau noch nicht. Ist das alles Betonpfeiler oder ist das Mülltonnen? Betonpfeiler ist das, ne? Ich guck mal, ich hab ein paar Ideen, die wir machen können nochmal, deswegen. Äh, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen befassen, passen wir auf. Und zwar, wenn wir es erstmal uns Zugang verschaffen, wie folgt. Oh, schaukeln! Kann man das kaputt machen? Warte mal. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Waaaaaah. Waaaaaah. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Idee war aber auch gut gewesen, darüber zu springen, ne? Also, ich denke mal, die war nicht falsch. Naja. So. Tür offen. Da kommen wir mal rüber im Rohr. Wir müssen uns, äh, ein bisschen besser laufen, irgendwie. Mal auf die Tür hier. Oh. Oh, c'est Alec, hein? Na gut. Wieder mal verloren. Dann richtig. Juhu. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier hin muss, hier. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier hin muss, ich weiß, was ist hier? Alter. Also. Aha, nicht mehr wieder. Toll, wunderbar. Ich freu mich. Jetzt kommen wir da rüber, aber wie kommen wir weiter? Das ist man später nicht so ganz. Na, 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 na. Suizidlerin ist wieder da. Ich will mir auch mal den ganzen Scheiß nicht ertragen, wo ich mich einfach frei wieder runterhüpfst. Nein, nein! Oh! So jetzt hittler ich. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Ich weiß aber noch nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen. Wer hat's immer mit dem Kastenhanden zu tun, wie er so freudig von sich hin blinkt? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Das ist ein doofes Spiel. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Gut. Gut. Ich bin in irgendeiner Art, weiß nicht, dass ich jetzt oben stehe hier nicht. Ich bin in irgendeiner Art, weiß nicht, dass ich jetzt oben stehe. Ich bin in irgendeiner Art, weiß nicht. Ich bin in irgendeiner Art. vielleicht bringt es ein bisschen weiter besser Das war's für heute. Jetzt haben wir schon mal so weit geschafft, das ist gut, dass wir jetzt Spaß hier nicht. Das war das Drehen-Hirn. Ich weiß gerade nicht, woran Sieg mir ist, Freunde. Das wird mir jetzt so läd, aber ich glaube mal, das wird hier gerade irgendwie übernächst. Ich habe echt keine Ahnung, warum, aber... Ah, das geht's gerade. Ah, das geht's gerade. Edward, ich bin im Museum. Ich konnte mich befreien, aber ich höre, dass sie nach mir suchen. Versteck dich, ich komme sobald ich kann. Shit, sie kommen näher. Oh Gott. Gott verdammt. Ich bin in der Nähe von den Kieler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja gut, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, am nächsten Let's Play zu Alone in the Dark. Und zwar im Museum. Bis denn!